Stimmung! Also Bombenstimmung ist sicherlich eines der Worte, dessen Bedeutung sich in den letzten Jahren etwas umgekehrt hat. Um in Uncharted 4 die gleichnamige Trophäe zu bekommen, müsst ihr vier Gegner mit ein und derselben Explosion töten. Woher diese kommt, ist allerdings absolut egal. Wo diese kommt, nicht und deswegen ladet ihr jetzt gemeinsam mit mir aus dem 20. Kapitel den Kampfabschnitt Showdown. Es gibt nämlich in dem Spiel keine andere Stelle, wo wir das so einfach machen können. Ganz am Anfang von diesem Kampfabschnitt stehen hier auf dem, ja, offenen Feld wollte ich sagen, irgendwie auf dem gründigen, widerwärtigen Platz, ein paar Gegner, die ihr mit beliebigen Waffen töten könnt. Dann seht ihr hier rechts oben bereits einen der gepanzerten Trucks heranfahren und neben diesen kommen jetzt hier einige Gegner nach unten gesprungen, nämlich gleich vier und das exakt neben der Position von einem Raketenwerfer. Habt ihr die Gegner besiegt, sollte sofort eure Trophäe kommen und eine der wahrscheinlich schnellsten und kürzesten Guides für Uncharted 4 zu Ende sein. Ich sag an der Stelle auch schon wieder Danke fürs Zuschauen. Falls euch der Guide geholfen hat, freue ich mich natürlich über euer Like, über euer Abo, aber ganz besonders über euren Besuch in meiner Uncharted 4 Trophy Guide Playlist, wo ihr sicher noch den ein oder anderen weiteren Tipp entnehmen könnt. Bis zum nächsten Mal.